. 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 Einfach von vorne rein. Die haben keinen Crossbowling. Alles gut, alles gut. Hinter dir Aski. Nein. Überleben, überleben, überleben. Die haben keine Käft mehr. Spielt safe. Einfach nach hinten rausgehen. Einfach safe spielen. Die haben noch einen Crossbowling. Pass auf. Ihr seid einer mehr. Spielt einfach safe runter. Wir haben nur eine Crossbowling. Wir fahren einfach auf die Crossbowling drauf. Nein, Spielt safe. Lass die nicht Rainbow pushen. Sehr schön. Der Crossbowl schließt. Wir sterben nun wieder. Sehr schön. Rainbow schießt jetzt von oben. Hinter die Rainbow. Sehr schön gespielt. Beton, Beton. Ich hab den Schild. Okay, jetzt haben sie einen sperrt außen. Mach mal noch, mach mal noch. Alles gut. Achtung, jeder. Fuscht nicht zu weit. Fuscht nicht zu weit. Schön, schön, schön. Kef hinter euch. Was geht? Spielt safe. Ich bin tot. Machen wir noch. Sehr schöner Schuss. Hinter euch. Der Bach, der Bach. Wir haben nur. Komm zurück, komm zurück. Jawohl. Zweig. Nice. Wir können einfach die Kef dann abschließen. Denn Kef konnte nichts machen, weil wir haben die zwei zwei. Kef bitte bei Rainbow bleiben. Du kannst ruhig in der Mitte da irgendwie pieken können, aber dann call das mit unserer Kef zusammen. Kef auch, Kef auch, Kef auch. Beide Arches sind hier, beide Arches sind hier, die können nichts machen. Einfach drauf. Ich gewöhne jetzt bei dir. Arches war meine Arches. Stehen? Ist noch eine Kef? Ist noch Antik, Kef? Kef von hinten? Schön auf euch. Lootet rein, lootet rein. Ich hab eine Landschaft für irgendwas. Ich hab ein Skimmel für dich. Ja, wenn das passiert, dann in für Spinn-Safe. Laufkommen rüber. Sehr schön. Wenn du gehst hinter die. Und dann fighten wir hier. Weg von der Wand, wenns geht. Weg von der Wand, wenns geht. Schön. Nein. Ich bin tot. Spiel safe. Spiel, den Backstab. Spiel safe, Spiel safe. Polis, überleben. Nein, nein, nein. Schön, 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 schön. Der ist vorne. Spiel auf, Spiel auf, Spiel auf, Spiel auf, Spiel auf. Spiel auf, Spiel auf, Spiel auf, Spiel auf, Spiel auf. Wir sterben jetzt. Ich darf dich. Schwamm. Spiel safe, Spiel safe. Kef hinter euch. Sehr schön. Keine Kingcats. Ja, das war's. Ja, das war's. Geräusche... Wir rücken vor. Wir pushen. Wir pushen, wir pushen. Wir pushen. Wir fangen. Wir fahren. Ein Arsch! Der es fort. Ich bin. Geist du noch mal gestoppt? Ich bin gepusht. Geist du noch mal? Kef hinter der 4h? Achso, nicht. Achso, nicht. Achso, nicht. Achso, nicht. Achso, nicht. Achso tot. Archer tut Karpel ist noch Nice Der Typ hat aber gerade 3 Kleber jetzt gezeigt Nice Jungs Den Archer pushen rum Ok wir fahren drauf Karpf kommt Karpf kommt Das war richtig kacke Ich blocken Musst du helfen Lass du irgendwie willst du eine Konstruktion töten oder sowas Ich komm den Ah scheiße Ja da kommt ganz ganz viel rechts Fight Caps Versuch die da zu fighten Ruhig vielleicht kriegt er noch einen Kill Achso schlecht Geh auf die Outpike Versuch die Karpf zu kill noch Das sie nicht abgeben können Nice Schmied einfach auf geht's Dass sie nicht so hart abgeben können Ok Ah ja natürlich Das ist nicht cool So Es ist halt traurig dass sie halt so eine Runde gewinnen müssen Ich hab halt echt Ja das sie nicht gewidt haben ist halt lächerlich Wir haben halt auch gewiss Hättet am Anfang Ja wir haben halt nötig Ist ok Ist ok Das ist egal Ich will nicht die Entscheidung Wir machen weil sie aber nicht da sind Schmied uns an Egal 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 Kev, komm mal alle links zu dem Spawn Wir sind hier auf dem Land, Sir Ja, ja, wir sind hier, wir sind hier Stopp den, Firo Push die vor, dann kannst du vorpushen bis zu dem Haus Dann krieg ich den. No, mach ich Sind wir jetzt mal da drauf, oder? Lass unsere Kev hinter uns, das geht Firo, 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 Firo Firo, 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 F du bleibst schon der Flagg über oh, bin da ich doch, ich hab planen sehr gut kein Eindruck von Cap Closebound ok, nice Rasky, hinter dir Kuff, ich komm jetzt nicht durch ich bin gepusht schön die kostet bei mir, Rasky, bleibst du mir ein mal bei dir gehen Kuff kommt rein hey, ich stehst, ich stehst nice ist dann den weg einer am Baum, einer am Baum ist dann den weg einer ist am Baum weg hier ist ne, äh oh, sorry dann gehen wir zu damit losgehen der geht rechts, rechts schießt auf die, schießt auf die andere, schießt auf links ja, push, 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 push ich bin tot ein KF hat kein Shit ein KF hat kein Shit pass auf den Crossbound, das geht ok, KF kommt auf die wir müssen erfahren, das ist ja auch bei den KF, äh, Leute, flack, ne Jonathan, geht zu fack ja, ich gehe richtig KF, oh man was ist denn der Block einfach nur Abo was tut das in für's low hier, Aski in für's richtig low, nice ich bin tot zur Flag, zur Flag, zur Flag wir haben Flag, wir haben Flag einfach selbst spielen Aski nur überlegen KF hilft an der Flag ist er nicht hoch genug, Logan ne, bleibt an der Flag, bleibt an der Flag bienwasser ja, du musst in ist, 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 ist Zi Ich bin nicht da, ist gut schön, Rieslauch Hinter dir, ausgehindert Joko ist tot Schön, einfach sehr schön, hinter dir, Jona, Jona, Jona Los, los, los Sehr schön, Kev geht auf die Arthur, einer für uns auf der anderen Seite, der andere weiß ich nicht Einer links, einer beim Stein Einer bei mir, Arthur, los auf jeden Fall Ja, ich komm mit hier auf dem Stein So, gehen wir bei der Flash? rechts, 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 rechts an den Barack, ich komm' sehen Och, man, auch hier, ich komm' sehen Bis gleich, bis gleich Der Antrag hat es, gibt die Ansomen, der einfach überleben, Jona Du musst mich sehen, der feiertet im Dorf Ich warte, dass du mich nicht Warte, hab' ich gefehlt Der ist so anlagend, der Alde war mit 2 Jahren Hätt' ich gedacht, dass du auf mich schießt, weil ich mach eh nichts Du darfst jetzt mal fahren, jetzt fahren! Jetzt fahren, jetzt fahren! Die Handkampf kommt auch! Auf die einen, auf die einen! Da, fahren wir auf die einzelnen! Arscher, links ist Hit! Ja, die haben nie gekostet! Ich auch! Lecker! Ich werde da einfach nur abgeschossen, durchgehend! Ja, ich bin das ganze mal abgeschossen! Ja, ich bin auch abgeschossen! Ja, ich habe beide getankt! Wir müssen einen Arscher mit der Care vorlesen! Ich habe halt cold! Äh, Lapache, bitte! Mach das, mach das! Wir wollen, äh, Jonah fahren! Wir wollen, äh, Jonah fahren! Wir wollen, äh, Jonah fahren! Das ist halt so schlecht! Okay, wir pushen jetzt die Info! Wir gehen wieder zurück, ja! Wir kommen, wir kommen, wir kommen, wir kommen! Hilf, mach nicht zu Wiss, da kann ich euch nicht helfen! Push die Spammer, push die Spammer! Kraft, Kopf und Hit! Wir gehen auf den anderen Arscher! Vorsicht, Kraft kommt rein, Kraft kommt rein! Nice, zum Glück! Versuch's mir mal! Nice, Bullis! Ah, nice, nur gleich! Schön! Schieß auf Set, schieß auf Set! Ja, ist gut! Und hier drücken wir einen Arscher! Du hättest nicht, kommst nur ein! Ich sterfe, du gehst mir wieder! Hau ihn bei den Händen! Oder auf den anderen beim Ding, der ist Headshot! Der ist halt One-Hit, ne? Dann nehmt den anderen nicht! Alter, das soll ich nix sein! Ne, die sind schon hier! Oh, die haben 3 Arscher! Die haben 3 Arscher! Ah, der ist One-Hit! Jawoll! Was denn mit denen, Alter? Die setzen nämlich 6 Leute auf uns! Aber was soll das denn? So ne Verschleckung! Karte, commandet halt nicht! Ohhhh! Nice, Harkon! Geh, wir, ich wursch auf den Arscher! Ich komm mit! Wo ist hier ein Arscher? Der letzte noch mit dem Zelt! Alter! Der hat halt nicht mal geblockt bei mir, Jona! Ja, wir werden niemanden unterschossen! Schön! Nice one! Good job! Okay, jetzt gehen wir auf die Arscher! Die Arscher geht! Oh, wir hätten die doch nicht nur noch bevor die alle Arscher sind! Wieso so gehen? Weil die noch 3 Arscher sind! 29 Sekunden! Also... Ja, aber ich glaub wir hätten die kurzen die Arscher zusammen! Ja, bleib doch mal perfekt! So läuft einfach! So läuft einfach! So läuft einfach! 20 Sekunden! Ja, du kannst es schaffen! Ich hab die Arscher ziemlich auf mir! Was? Ich komm mit Arscher! Sorry! Ja, geh auf die Flage! 10 Sekunden! 10 Sekunden! 10 Sekunden! 10 Sekunden! Ah, schade! Sorry! War ein Mistkopf vielleicht! Mach doch mal den verdienter Ausschuss! Ah, das war mir ja nie! Mach mich rein! Pass auf! Kaffee braun! Kaffee braun! Hitfest! Jo, ich geh auf den Arscher! Kaffee braun euch jetzt! Jo, komm rein! Können wir fahren! Da ist halt auch niemand dabei! Ich hab keine Ahnung! Ich hab keine Ahnung! Ey die! Wenn ich gerade einen einzigen rein, dann kommt er zu schlossen! Ey, das ist gut! Da! Und wenn er dann 6-0 in die zweite Welt geht? Hahaha! Hahaha!